Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es mal wieder ein neues Highlight-Video und zwar von der Solo-Teams-Hype-Night, die ich gestern gespielt habe im Stream. Heute wird es nochmal dieses Turnier geben, ab 17 Uhr wieder. Das heißt, ihr könnt gerne den ersten Link in die Videobeschreibung auschecken. Dort kommt ihr auf meinen Twitch-Kanal und dort werden wir uns dann auch zusammen zocken. Und in dem Turnier ging es am Ende nur um Hype, nicht um viel. Das Maximale waren 500 Hype, was man gewinnen konnte. Ich bin oberer 16% gekommen und ja, war eigentlich ein ganz nice Turnier. Aber am Ende, in der letzten Runde, war ein Clip, der wirklich sehr, sehr speziell ist. Und mich würde mal eure Meinung zu dem Clip interessieren, was ihr dazu sagt. Deshalb bleibt bis zum Ende dran und dann hoffe ich, dass es euch wieder gefällt. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den Highlights. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den Highlights. Nice. 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 Amazing. Nice. Nice. bit microflogen. Easy. Top 12. An der Stelle soll ich nicht peaken. Sonst werde ich komplett easy weggerackt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Och, Digger, als ob. Oh, Mann. Platz 8. Aber die Turniere wurden noch heute erst angekündigt. Weil die auch geil können. Nur weil die jetzt aus dem Urlaub zurück sind. Uh, jetzt machen wir... Oh, fuck, ich muss mein Kugel auf. Oh, nee. Warum jetzt schon wieder alle? Man kämpft einmal gegen einen... Einzelnen. Fuck, bei mir ist einer, aber wir müssen in die Zone. Ja, geht. Bei mir sind es zwei und wir müssen in die Zone. Ich hoffe mal, der schießt mich nicht an. Weil das wäre blöd. Weil er muss halt auch so. Aber vor mir. Also ich kann mir schon vorstellen. Aber ich glaube, er macht es nicht. Ich möchte aber erst mal bloß. Oh, Mann. Na, was ist denn Fisch, Toffi? Oh, ich muss den bekommen. Wenn ich jetzt Zone habe, Dennis, kriege ich die Trubber. Oh, 500 mehr zu noch. Oh, mein Gott. Ich habe Zone. Oh, noch 29. Ganz sehr schön. Und noch 106 Pistole, Moni. Oh, Schildbroke. Sehr schön. 75 HP. Weniger sogar. Der muss rauskommen. Der muss. Top safe. Top 4. Ich hasse diese Tag. Ich treffe mit der nicht. Mann, ist das unfair. Kann ich nicht eine Spast haben, der wird 10 Mal tot. Ich hasse diese Tag. Mann, ey. Ich treffe mit der gar nichts, weil ich immer so schnell aus dem Rhythmus komme. Komm, schieß nicht mehr. Nein, nein. Jawohl. Ich komme immer, wenn ich mit der Tag spiele, komme ich so aus dem Rhythmus raus, weil ich kann, ist einfach die bessere Waffe. Ja, nee, nicht. Die Tag ist halt klar besser. Nein, dann verheil ich mich ja. Das macht sie. Weiß sie nicht. Ich denke, ich kippe. So, ob es eng ist, wenn ich mich eng ist. Schieß es nicht. Lass mich ausreden. Also. Zwei müssen noch sterben. Schieß es. Aber ich schieß es wohl ganz an. Also den ersten Schuss, ja, der ist meistens eigentlich drauf. Aber dann danach. Äh, schieß ich. Nur nochmal. Meine Schleche sind einfach nur meine Tick. Und ein Tick wäre ich nochmal 20 Mal besser. Trönig. Wie viele leben noch? Sieben. Sieben. Bitte 5. Top 6. Okay hm? 2 Schüsse in der Pump, 1 in der Ska. Nein, ich hab mich verklickt. Ja. Er hat nicht Spaß. Was? Junge, ich hab behindert. Auf einmal von 15 Leuten, Junge. Ich hör dich nicht, check's doch mal. Was? 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 Es bringt doch nichts, wenn du mich jetzt angreifst und fighten wieder tausend Leute mit uns. Ja, natürlich. Was? 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 Was?